Du suchst für deine Firmen-Events immer nach witzigen und originellen und ausgefallenen Hotels? Bucht du doch gleich mal ein ganzes Dorf? Details dazu erfährst du in diesem Clip. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Platzhirsch TV. Mein Name ist Sascha Heide und heute befinde ich mich in Alpbach. Alpbach ist ein wunderschöner Ort, liegt in Tirol und wurde auch schon ausgezeichnet als schönster Blumenort Europas oder auch schönster Ort von Österreich. Was kann man hier Besonderes machen, hier in Tirol? Ihr habt die Möglichkeit, diesen Ort komplett zu buchen. Ja, das hast du richtig verstanden. Man kann hier diesen Ort komplett buchen. Das heißt, man bucht nicht nur ein Hotel, wo alle Teilnehmer untergebracht sind, sondern man bucht gleich sämtliche Hotels und sämtliche Ferienwohnungen und sämtliche Pensionen. Die sind alle auf einem super Niveau. Als kleines Beispiel möchte ich mal für ein Hotel den Böcklerhof empfehlen. Böcklerhof ist ein Vier-Sterne-Hotel. Ich zeige an der Stelle gleich mal ein paar Fotos, damit ihr einen guten Eindruck bekommt. Mit einem ganz tollen Innenhof, super Restaurant und auch mit einem schicken Wellnessbereich. Und als Pendant dazu eine Pension, wo die meisten erst mal denken, was soll das Pension sein? Das Leirehäusl. Also ein super schönes altes Haus mit ganz tollen Ferienwohnungen, wo ihr einfach seht, egal ob ich Hotel, Ferienwohnung oder Pension buche, die meisten Unterkünfte sind total individuell und vereinen sich doch in ganz tollen Charme dieses tollen Ortes. Was kann man hier noch machen? Man hat natürlich eine Riesenauswahl an Rahmenprogrammen, die man machen kann. Ob das jetzt das Aktive ist, wie zum Beispiel Rafting oder Canyoning, oder ob man sagt, man fährt mal zu Swarovski in die Kristallwelten, oder man fährt mal nach Innsbruck und schaut sich die Schanze an. Also eine Unmenge an Möglichkeiten an Rahmenprogrammen. Und dazu gibt es natürlich auch noch einen Hornboden. Das heißt, das ist eine Location, wo man mit der Gondel auf den Berg fahren kann und kann auch noch einen tollen Abend verleben. Das ganze Programm ist möglich. Ich empfehle es ab ca. 130 bis 150 Teilnehmer. Und nach oben würde ich mal das Ganze deckeln bei ungefähr 800 bis 900 Teilnehmern, die hier direkt im Ort Platz haben. Damit ihr noch einen guten Eindruck bekommt, zeige ich jetzt gleich noch mal ein paar Bilder von dem Ort. Und an der Stelle sage ich vielen Dank. Wenn ihr die Idee interessant findet und sagt, Mensch, das wäre doch mal eine Alternative zum großen Stadthotel, dass ich einfach mal gleich ein ganzes Dorf buche, dann schreibt mir eine Mail, ruft mich an. Ich berate euch gern zu diesem Konzept. Und ach ja, was man noch sagen muss, ganz vergessen fast am Ende noch. Es gibt hier in diesem Ort ein super neues, modernes Kongresszentrum, was also auch bis 800 Personen bespielbar ist. Mit mehreren Räumlichkeiten, nagelneu. Ich zeige gleich auch noch mal ein paar Bilder dazu. Und er sich super in die Natur, super in den Ort mit einfügt. Also ganz neu, ganz modern. Also das Konzept Alpbach kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist ganz was Originelles, echt mal ganz was anderes. Und ja, das war eine Neuigkeit hier aus Alpbach, hier aus Tirol. Viele Grüße, bis zum nächsten Mal. Natürlich, wie immer am Ende, kann er abonnieren, damit ihr ja nichts verpasst. Und ja, ich freue mich auf eure Fragen. Ich freue mich auf eure Anfragen. Lasst uns ins Gespräch kommen. Vielleicht reisen wir dann mal gemeinsam nach Alpbach. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Sascha Heide.